Elektronische Geräte reparieren zu lassen, zahlt sich meistens nicht aus. Mit diesem Irrglauben will Umweltministerin Leonore Gewessler aufräumen, hochwertige Geräte müssen nicht auf dem Müll landen. Und das ist die schlechteste aller Lösungen. Und ich bin aber überzeugt davon, die Menschen wollen reparieren. Und die Unternehmen auch. Und unsere Umwelt hat sich das Reparieren verdient. Und darin starten wir heute mit dem bundesweiten Reparaturbonus. Egal ob Toaster, Waschmaschine oder E-Gitarre, jede Reparatur wird zur Hälfte bezahlt. Maximal gibt es 200 Euro pro Reparatur. Das schont die Umwelt so Gewessler, das hilft kleineren Handwerksbetrieben. Und so ein repariertes Gerät hat gelegentlich ja auch einen sentimentalen Wert. Für viele von uns ist ja ein Elektrogerät oft mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Das sind ja Dinge, die treue Begleiter waren, durch dick und dünn. Also die Musikanlage, die man vielleicht vom ersten selbstverdienten Geld gekauft hat. Oder wie bei mir in der Familie die alte knallorange Kaffeemühle von der Oma. Zur günstigeren Reparatur kommt man über die Homepage reparaturbonus.at, wo Privatpersonen mit Wohnsitz in Österreich beliebig viele Bonds herunterladen und bei den ebenfalls dort aufgeführten Partnerbetrieben einlösen können. Bezahlt wird dann nur mehr die Differenz. Der Bonus wird automatisch abgezogen. Das aus dem aus der Corona-Krise heraus entstandene Next Generation EU-Programm finanzierte Projekt läuft vorerst bis 2026. Die Idee, Lebensdauer verlängern, Umwelt entlasten, erklärt der Kommissionsvertreter in Wien, Martin Sellmeier. Lionero G. Wessler hat über ihre Kaffeemaschine geredet. Bei mir ist sozusagen das Gerät, an dem mein Herz hängt, die Waschmaschine. Und wenn man sich genau anschaut, eine Waschmaschine, das ist etwas, wie lange das eigentlich eine Waschmaschine sinnvollerweise leben sollte, bei uns im Haushalt stehen sollte, bis man sie tatsächlich mal ersetzt. Eine Waschmaschine oder meine wiegt etwa 70 Kilogramm. Die ganzen Substanzen, die da reingehen, die Materialien, sind insgesamt fast 4000 Kilogramm. Vier Tonnen vermeidbarer, gefährlicher und oft giftiger Elektroschrott, in dem sich obendrein wertvolle Substanzen wie Kupfer befinden können. Recycling funktioniert nur beschränkt. Die Quote in der Europäischen Union liegt bei 40 Prozent, in Österreich bei 50 Prozent. Der Reparaturbonus sei eine wichtige, in der Union einzigartige Reform, so Sellmeier, die vorerst 130 Millionen Euro gut angelegt. Das ist Geld, das die Europäische Union alle 27 Staaten mit unserem gemeinsamen guten Namen an den Finanzmärkten aufnimmt. Der österreichische Finanzkommissar Johannes Hahn geht da jede Woche, alle paar Wochen an die Finanzmärkte und sagt, hier ist die europäische Flagge, gib mir Geld. Und das Interessante ist, das ist eine der günstigsten Finanzierungsmöglichkeiten, die wir weltweit haben, weil da weiß jeder Investor, da stehen 27 Staaten dahinter, die sind die reichsten Staaten der Welt. Ebenfalls auf EU-Ebene geregelt sind seit letztem Jahr zwei Jahre Gewährleistung durch den Hersteller. Gearbeitet werde an einer Regelung, dass Geräte reparierbar gebaut werden müssen. Das ist Ihnen allen schon mal aufgefallen. Nicht jedes Smartphone kann man so einfach reparieren. Da hat der Hersteller teilweise ein bisschen daran geschraubt, dass man das nicht so einfach kann. Damit soll Schluss sein. Künftig sollen Elektrogeräte einfach und mit normalen Werkzeugen repariert oder jedenfalls zerlegt werden können, ohne sie kaputt zu machen. Probieren Sie das mal. Nein, probieren Sie es lieber nicht bei Ihrem Smartphone. Das geht nämlich noch nicht überall. Aber das ist auch wichtig. Und es muss in Zukunft bei Geräten, elektronischen Geräten, auch eine Reparaturerklärung beilegen, die zeigt, wie man sowas reparieren kann. Der neue österreichische Reparaturbonus stellt eine sinnvolle Erweiterung der EU-Regelungen dar, den, so die Logik des EU-Aufbauplans, wenn es klappt, andere Mitgliedstaaten nachmachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017